Georg Lichtenberg, Aphorismen über Philosophie Gelesen von Benjamin Lukas Die Frage, soll man selbst philosophieren, muss, dünkt mich, so beantwortet werden als eine ähnliche. Soll man sich selbst rasieren? Wenn mich jemand darüber fragte, so würde ich antworten, wenn man es recht kann, ist es eine vortreffliche Sache. Ich denke immer, dass man das Letztere selbst zu lernen suche, aber ja nicht die ersten Versuche an der Kehle mache. Handle, wie die Weisesten vor dir gehandelt haben, und mache den Anfang deiner philosophischen Übungen nicht an solchen Stellen, Wo dich ein Irrtum dem Schafrichter in die Hände liefern kann. Philosophie ist immer Scheidekunst. Man mag die Sache wenden, wie man will. Der Bauer gebraucht alle Sätze der abstraktesten Philosophie, nur eingewickelt, versteckt, gebunden, wie der Physiker und Chemiker sagt. Der Philosoph gibt uns die reinen Sätze. Nichts schmerzt mich mehr bei allem meinem Tun und Lassen, als dass ich die Welt so ansehen muss wie der gemeine Mann, da ich doch scientifisch weiß, dass er sie falsch ansieht. Ich glaube, dass so wie die Anhänger des Herrn Kant ihren Gegnern immer vorwerfen, sie verständen ihn nicht, so auch manche glauben, Herr Kant habe Recht, weil sie ihn verstehen. Seine Vorstellungsart ist neu und weicht von der gewöhnlichen sehr ab. Und wenn man nun auf einmal Einsicht in dieselbe erlangt, so ist man auch sehr geneigt, sie für wahrzuhalten, zumal, da er so viele eifrige Anhänger hat. Man sollte aber dabei immer bedenken, dass dieses Verstehen noch kein Grund ist, es selbst für wahrzuhalten. Ich glaube, dass die meisten über der Freude, ein sehr abstraktes und dunkel abgefasstes System zu verstehen, zugleich geglaubt haben, es sei demonstriert. Wenn man die Natur als Lehrerin und die armen Menschen als Zuhörer betrachtet, so ist man geneigt, einer ganz sonderbaren Idee vom menschlichen Geschlechte Raum zu geben. Wir sitzen allesamt in einem Kollegio, haben die Prinzipien, die nötig sind, es zu verstehen und zu fassen, horchen aber immer mehr auf die Plaudereien unserer Mitschüler als auf den Vortrag der Lehrerin. Oder wenn ja einer neben uns etwas nachschreibt, so spicken wir von ihm, stehlen, was er selbst vielleicht undeutlich hörte und vermehren es mit unseren eigenen orthografischen und Meinungsfehlern. Sollte nicht manches von dem, was Herr Kant lehrt, zumal in Rücksicht auf das Sittengesetz Folge des Alters sein, wo Leidenschaften und Meinungen ihre Kraft verloren haben und Vernunft allein übrig bleibt? Wenn das menschliche Geschlecht in seiner vollen Kraft etwa mit dem 40. Jahre stürbe, was für Folgen würde dieses auf die Welt haben? Aus der Verbindung der ruhigen Weisheit des Alters entsteht viel Sonderbares. Ob es nicht noch einmal einen Staat geben wird, wo man alle Menschen im 45. Jahre schlachtet? Ich bin überzeugt, wenn Gott einmal einen solchen Menschen schaffen wollte, wie ihn sich die Magister und Professoren der Philosophie vorstellen, er müsste den ersten Tag ins Tollhaus gebracht werden. Man könnte daraus eine Artige Fabel machen. Ein Professor bittet sich von der Vorsicht aus, ihm einen Menschen nach dem Bilde seiner Psychologie zu schaffen. Sie tut es und er wird ins Tollhaus gebracht. Euler sagt in seinen Briefen über verschiedene Gegenstände aus der Naturlehre, es würde ebenso gut donnern und blitzen, wenn auch kein Mensch vorhanden wäre, den der Blitz erschlagen könnte. Es ist ein gar gewöhnlicher Ausdruck. Ich muss aber gestehen, dass es mir nie leicht gewesen ist, ihn ganz zu fassen. Mir kommt es immer vor, als wenn der Begriff »Sein« etwas von unserem Denken Erborgtes wäre. Und wenn es keine empfindlichen und denkenden Geschöpfe mehr gibt, so ist auch nichts mehr. So einfältig dies klingt und so sehr ich verlacht werden würde, wenn ich so etwas öffentlich sagte, so halte ich doch, so etwas mutmaßen zu können für einen der größten Vorzüge, eigentlich für eine der sonderbarsten Einrichtungen des menschlichen Geistes. Dieses hängt wieder mit meiner Seelenwanderung zusammen. Ich denke oder eigentlich ich empfinde hierbei sehr viel, dass ich nicht auszudrücken imstande bin, weil es nicht gewöhnlich menschlich ist und daher unsere Sprache nicht dafür gemacht ist. Gott gebe, dass es mich nicht einmal verrückt macht. So viel merke ich. Wenn ich darüber schreiben wollte, so würde mich die Welt für einen Narren halten und deswegen schweige ich. Es ist auch nicht zum Sprechen, so wenig als die Flecken auf meinem Tisch, zum Abspielen auf der Geige. Wenn man über Idealismus in verschiedenen Stadies des Lebens nachdenkt, so geht es gemeiniglich so. Zuerst als Knabe lächelt man über die Albernheit desselben. Etwas weiter findet man die Vorstellung artig, witzig und, verzeihlich, disputiert gern darüber mit Leuten, die sich ihrem Alter oder Stand nach noch im ersten Stadio befinden. Bei reifen Jahren findet man ihn zwar ganz sinnreich, sich und andere damit zu necken, aber im Ganzen kaum einer Widerlegung wert und der Natur widersprechend. Man hält es nicht der Mühe wert, weiter daran zu denken, weil man glaubt, oft genug daran gedacht zu haben. Aber weiterhin bekommt er bei ernstlichem Nachdenken und nicht ganz geringer Bekanntschaft mit menschlichen Dingen eine ganz unüberwindliche Stärke. Denn man darf nur bedenken, wenn es auch Gegenstände außer uns gibt, so können wir ja von ihrer objektiven Realität schlechterdings nichts wissen. Es verhalte sich alles, wie es wolle, so sind und bleiben wir ja doch nur Idealisten. Ja, wir können schlechterdings nichts anderes sein. Denn alles kann uns ja nur bloß durch unsere Vorstellung gegeben werden. Zu glauben, dass diese Vorstellungen und Empfindungen durch äußere Gegenstände veranlasst werden, ist ja wieder eine Vorstellung. Der Idealismus ist ganz unmöglich zu widerlegen, weil wir immer Idealisten sein würden, selbst wenn es Gegenstände außer uns gäbe, weil wir von diesen Gegenständen unmöglich etwas wissen können. So wie wir glauben, dass Dinge ohne unser Zutun außer uns vorgehen, so können auch die Vorstellungen davon ohne unser Zutun in uns vorgehen. Wir sind ja auch ohne unser Zutun geworden, was wir sind. Die Ursache, warum so viele Menschen dieses nicht fühlen, ist, dass sie mit dem Wort Vorstellung einen sehr unvollständigen Begriff verbinden, nämlich den von Traum und Fantasie. Dieses sind freilich Gattungen von Vorstellungen, aber sie erschöpfen das Genus nicht. Hierin liegt, unstreitig, der Grund des Missverständnisses. Man muss erst eins werden über das, was man unter Vorstellungen versteht. Sie sind sicherlich von verschiedener Art, aber keine enthält irgendein deutliches Zeichen, dass sie von außen kommen. Ja, was ist außen? Was sind Gegenstände präternos? Was will die Präposition präter sagen? Es ist eine bloß menschliche Erfindung, ein Name, einen Unterschied von anderen Dingen anzudeuten, die wir nicht präternos nennen. Alles sind Gefühle. Äußere Gegenstände zu erkennen ist ein Widerspruch. Es ist dem Menschen unmöglich, aus sich heraus zu gehen. Wenn wir glauben, wir sehen Gegenstände, so sehen wir bloß uns. Wir können von nichts in der Welt etwas eigentlich erkennen als uns selbst und die Veränderungen, die in uns vorgehen. Ebenso können wir unmöglich für andere fühlen, wie man zu sagen pflegt. Wir fühlen nur für uns. Der Satz klingt hart, er ist es aber nicht, wenn er nur recht verstanden wird. Man liebt. weder Vater noch Mutter noch Frau noch Kind, sondern die angenehmen Empfindungen, die sie uns machen. Es schmeichelt immer unserem Stolze und unsere Eigenliebe. Es ist gar nicht anders möglich und wer den Satz leugnet, muss ihn nicht verstehen. Unsere Sprache darf aber in diesem Stücke nicht philosophisch sein, so wenig, als sie in Rücksicht auf das Weltgebäude kopernikanisch sein darf. Aus nichts leuchtet, glaube ich, des Menschen höherer Geist so stark hervor als daraus, dass er sogar den Betrug ausfindig zu machen weiß, den ihm gleichsam die Natur spielen wollte. Nur bleibt die Frage übrig, wer hat Recht? Der, welcher glaubt, er werde betrogen oder der es nicht glaubt? Unstreitig hat der Recht, der glaubt, er werde nicht betrogen, aber das glauben auch beide Parteien nicht, dass sie betrogen werden. Sobald ich es weiß, so ist es kein Betrug mehr. Die Erfindung der Sprache ist vor der Philosophie hergegangen und das ist es, was die Philosophie erschwert, zumal, wenn man sie anderen verständlich machen will, die nicht viel selbst denken. Die Philosophie ist, wenn sie spricht, immer genötigt, die Sprache der Unphilosophie zu reden. Ich glaube doch nun auch wirklich, dass die Frage, ob die Gegenstände außer uns objektive Realität haben, keinen vernünftigen Sinn hat. Wir sind unserer Natur nach genötigt, von gewissen Gegenständen unserer Empfindung zu sagen, Sie befinden sich außer uns. Wir können nicht anders. Die Frage ist fast so töricht als die, ob die blaue Farbe wirklich blau sei. Wir können unmöglich über die Frage hinausgehen. Ich sage, die Dinge sind außer mir, weil ich sie so ansehen muss. Es mag übrigens mit jedem außer mir sein, eine Beschaffenheit haben, welche es will. Darüber können wir nicht richten. Das war Georg Lichtenberg Aphorismen über Philosophie Lichtenberg